Hallo zusammen zu Hause. Ich freue mich, dass ich heute hoffentlich eine kleine Inspiration leisten kann zum Thema New Work, Umgang mit Veränderung und eben genau die Frage beantworten, wie bekommen wir denn die vielen tollen Veränderungsvorhaben wirklich auch in die Praxis umgesetzt. New Work ist ja jetzt so ein Begriff, wenn ich jetzt hier vor Ihnen zu Hause vor dem Bildschirm fragen würde, was Sie darunter verstehen, würden wahrscheinlich so viele Antworten kommen, wie wir heute Zuschauer haben. Das ist ein Begriff, den kann man ganz groß fassen, wenn man zurückgeht auf die Anfänge, Frithjof Bergmann in den 70ern, da gab es das ja schon, wo es darum ging, wirklich komplette neue Welten aufzubauen, sowohl im Lebens- als auch im Arbeitsbereich. Sprich, das geht dann so weit, dass man die gesamte Wirtschaftspolitik infrage stellt und eben das ganz große Bild malt. Bei vielen Menschen, wenn man die fragt, was ist der New Work, hört man erstmal your Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte und wahrscheinlich ist sie auch nicht so einfach zu beantworten, die Frage, was denn eigentlich New Work wirklich ist. Was ich in dem Zusammenhang schon wirklich bei vielen Unternehmen gesehen habe, ist tatsächlich, dass es ganz, ganz tolle Konzepte gibt. Es gibt Ideen, es gibt Visionen, es gibt Vorhaben, die minutiös geplant werden und wirklich tolle, tolle Dinge, die dann häufig sehr, auch für mich immer sehr eindrucksvoll auf PowerPoint-Folien festgehalten werden, häufig vorgestellt werden, auch total erstmal den Eindruck erwecken, wow, das ist super, das könnte der Weg in die Zukunft sein. Und wenn man dann ein halbes Jahr später drauf guckt, dann liegen die in irgendeiner Schublade, meistens irgendwo auf Geschäftsleitungsebene und sind halt in dieser Schublade und alle erinnern sich noch an den schönen Workshop, den es mal dazu gab. Aber so richtig passiert ist eigentlich nichts. Und ich würde gerne heute ein bisschen darüber reden, was die Gründe dafür sind und wie man das vielleicht auch um oder anders handhaben kann, dass es einfach ein bisschen direkter in die Praxis geht. Und ich habe dazu erstmal ein Zitat mitgebracht, was ich kürzlich auf einer Veranstaltung gehört habe. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich habe mir erlaubt, es trotzdem mitzubringen, weil ich es so passend finde. Und das lautet, Holz entzündet sich nicht, indem man Feuer auf ein Blatt Papier schreibt und es daneben legt. Immer wenn man das sagt, sind immer alle erstmal so, oh ja, stimmt, was dran. Und ich habe mal eine kleine Illustration mitgebracht. Jetzt dann, genau. So, jetzt sehen Sie dieses Bild und fragen sich, hä, warum zeigt die jetzt dieses Bild? Das ist so ein bisschen schräg, irgendwie ein bisschen komisch. Man weiß nicht so richtig, was ist denn das so? Was soll das? Wofür ist das jetzt da? Kenne ich nicht? Und genauso ist es häufig eben auch mit Veränderungsvorhaben in Unternehmen, dass man erstmal davor steht und denkt, oh wow, wie wollen wir das jetzt machen? Was soll das überhaupt? Wofür brauchen wir das? Das geht doch eigentlich alles soweit ganz gut. Und ich würde gerne einfach zeigen, mit diesem Bild auch inwiefern so diese negativen Gefühle oder dieses etwas komische, vielleicht auch Berührungsängste eine Rolle spielt bei diesem Thema Veränderungsvorhaben. Und ja, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das Feuer entzündet? Wir haben gemerkt, das funktioniert nicht, indem ich es einfach daneben lege. Und jetzt sind Veränderungen ja ein sehr, sehr komplexes, großes Thema, was von vielfältigen Perspektiven und von verschiedenen Ebenen aus bespielt werden will. Das ist also nichts, wo ich einfach, sage ich mal, einen Prozess habe oder ein Projekt habe, was ich einfach durchplane. Dann gehe ich das zu Ende und am Ende habe ich die Veränderung fertig, sondern es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und ich finde, es gibt ein Modell, das habe ich auch mal mitgebracht als eine Folie. Es gibt so vier Zutaten, die eine gelungene Veränderung bewirken können. Das heißt jetzt nicht, wenn Sie das alles machen, funktioniert das alles hervorragend, aber es ist vielleicht eine Richtungsgebung, an die man sich orientieren kann. Wenn man mal drauf schaut, wenn Sie oben links und rechts die kleinen Wörter anschauen, dann geht es um verschiedene Perspektiven. Es geht also einmal um das Ich, also was habe ich persönlich mit dem Ding zu tun? Also ich als Person. Es gibt das Wir, also wir als zum Beispiel Team, als Gesamtunternehmen oder auch wir als irgendwie Branche. Also kann man eben fassen, wie groß das Wir halt jeweils sein sollte. Und es gibt einmal das Innen, also was passiert hier drin in mir selber und auch im Unternehmen. Und es gibt es außen. Also was passiert von mir nach draußen und was passiert im Unternehmen und aus dem Unternehmen heraus. Und wenn man sich das mal anguckt, dann hat man im ersten Quadranten das Thema Haltung. Und da möchte ich heute ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das aus meiner Sicht etwas ist, was häufig ein Stück weit auch vergessen wird oder vielleicht nicht so sehr bedacht wird bei Veränderungsprozessen, weil sehr häufig beginnt man das ganze Thema unten rechts, nämlich bei Strukturen und Prozesse. Da werden dann Workshops geplant. Es werden vielleicht sogar Umstrukturierungen geplant. Es gibt irgendwie neue Mitarbeitende, die man einstellt. Und man ist halt so total auf der Ebene, okay, was können wir jetzt strukturell tun, um diese Veränderung zu schaffen? Und wie wir sehen, ist das nur ein Quadrant. Sehr viel wichtig, oder was heißt wichtiger, ist auch das falsche Wort. Aber sehr wichtig ist halt eben auch das Thema Haltung. Also wie stehe denn ich eigentlich und insbesondere jetzt Hallo Führungskräfte, auch an euch, schöne Grüße. Wie stehen Sie denn eigentlich persönlich zu dieser Veränderung? Ja, also die Fragestellung, ist es für mich sowas so, boah, puh, jetzt muss ich das auch noch machen? Ich habe eigentlich schon genug zu tun mit meinem Tagesgeschäft. Jetzt kommt das auch noch. Wie soll ich das schaffen? Die da oben haben sich wieder irgendwas ausgedacht oder die da drüben in den USA oder wer auch immer sich die Dinge dann ausdenkt. Ja, so ist jetzt die Frage. Und wenn ich aber sage, im Gegensatz dazu eine veränderungsförderliche Haltung wäre dann eben zu sagen, hey, ich sehe das als einen integralen Bestandteil meiner Arbeit an. Ich möchte das mitgestalten. Ich sehe das Ziel, ich weiß, wo es hingeht und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, habe ich schon gleich ein anderes Spiel. So und wie das halt im Leben so ist, meine innere Haltung zeigt sich ja auch in meinem äußeren Verhalten. Das heißt, wenn ich innerlich diese Überzeugung habe, ist es ja eben auch die Frage, wie trete ich dann nach draußen? Also spreche ich zum Beispiel mit meinen Mitarbeitenden über diese Veränderung im Sinne von, ja Leute, also die haben sich das jetzt so überlegt, müssen wir jetzt irgendwie machen, lasst uns mal gucken. Ich manage das irgendwie so, dass es möglichst schnell vorüber geht oder möglichst effizient machbar ist. Oder sage ich, also ich bin hier, ich stehe dahinter, das ist, ich finde es super, wir wissen, wo wir hin wollen, das ist kein leichter Weg. Ich habe vielleicht auch Ängste, ich habe vielleicht auch Sorgen, ich weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, wie es geht, aber hey, wir schaffen das zusammen und verhalte mich halt so eben veränderungsförderlich, indem ich halt nach draußen trage, dass ich die Gestaltung dieser Veränderung als einen Teil meiner Arbeit einfach ansehe. Und eben nicht als irgendein nerviges Add-on, was ich jetzt auch noch machen muss oder irgendwie, was ja auch immer so gern genommen wird in dem Zusammenhang, die nächste Sau, die irgendwie durchs Dorf getrieben wird. Von daher da vielleicht einfach auch mal überlegen, naja, wie verhalte ich mich denn eigentlich dazu, insbesondere als Führungskraft zu meinen Teammitgliedern. Ja und links unten haben wir dann den Quadranten Kultur. Kultur entsteht ja durch das Verhalten von vielen, also sprich in einem Unternehmen. Unternehmenskultur entsteht dadurch, wie sich die Menschen im Unternehmen verhalten. Und auch das hat ja, ist ja ganz wesentlich beeinflusst von der Art und Weise, wie ich mich verhalte im Unternehmen. Also habe ich eine Unternehmenskultur der Angst zum Beispiel, sagen, oh Gott, Veränderung, oh nein, beim letzten Mal wurden irgendwie zehn Prozent der Leute entlassen oder, boah nee, das ist alles furchtbar jetzt, ich darf das nicht mehr machen. Schönes Beispiel von Corona, ich muss jetzt immer von zu Hause arbeiten, will ich eigentlich gar nicht. Oder die andere Seite, jetzt muss ich wieder ins Büro kommen, wie nervig. Also einfach auch die Frage, wie gestalte ich dann durch mein Verhalten die Unternehmenskultur. Und dann kommen eigentlich erst die Strukturen und Prozesse, weil nur die können zum Leben erweckt werden, wenn die anderen drei Quadranten entsprechend auch funktionieren. Ich finde immer so ein schönes Beispiel, um das sehr anschaulich zu zeigen, wie das funktioniert, ist die Fragestellung, die jetzt bald wieder kommt, Anfang des neuen Jahres. Alle sagen, ich muss mehr Sport machen, Gesundheit wichtig, ich muss irgendwie abnehmen oder ich will mich einfach besser fühlen. Und dann melde ich mich erst mal im Fitnessstudio an. Strukturen und Prozesse. Habe ich mich da angemeldet, dann gehe ich da dreimal hin und das war es dann. Den Rest des Jahres bekommen die von mir Geld für nichts. Und verändert hat sich nichts. Ich mache immer noch nicht mehr Sport. Verändert hat sich höchstens mein Kontostand, weil ich regelmäßig monatlich meinen Betrag überweise. Wenn ich aber sage, ich fange bei meiner Haltung an und frage mich erst mal, okay, warum will ich denn eigentlich mehr Sport machen? Also warum will ich das wirklich? Mache ich das nur, weil ich irgendwo gelesen habe, das gesünder ist? Oder habe ich wirklich das Bedürfnis, wirklich ernsthaft gesünder zu leben? Wenn das so ist, dann fange ich auch an, mein Verhalten zu ändern. Dann fange ich auch an zu sagen, okay, hey, ich will das machen. Ich weiß, was der Sinn dahinter ist. Also werde ich auch mein Verhalten dahingehend ändern, dass zum Beispiel für einen Einsteiger zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen, für mich einfach zum Tagesablauf gehört. Also wie Zähneputzen. Ist nicht wegzudiskutieren. Und so komme ich dann weiter. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will, um halt zu sagen, ich kann wirklich eine echte Veränderung gestalten. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann habe ich hoffentlich so ein schönes, warmes Feuer. Und jetzt merken Sie den Unterschied zum ersten Bild. Es fühlt sich warm an, es ist gemütlich, es ist irgendwie was, wo ich ein Gefühl von zu Hause habe. Ich fühle mich vielleicht sogar wohl. Es ist aber gleichzeitig auch was, was betreut werden muss. Das heißt, also das Feuer, also sagen wir mal die gelungene Veränderung, um das als Metapher zu sehen, ist ja nicht zu Ende, sondern ich muss mich drum kümmern. Ja, also das Feuer muss unterhalten werden. Ich muss neues Holz holen. Und genauso ist es auch mit Veränderung im Unternehmen. Ich muss das eben weiter, weil es ist ein Prozess, es geht immer weiter. Ich muss es weiter befeuern. Ich muss mich drum kümmern. Und dann finde ich immer dieses Bild so schön, dass bei gelungener Veränderung sitzen die Menschen im Unternehmen, so wie so ein Stamm hier, Asterix und Obelix zum Beispiel, gemeinschaftlich ums Feuer und haben eine gute Zeit. Und wenn das Feuer eben nicht brennt, wie auf dem ersten Bild, was ich eben gezeigt habe, dann sitzt jeder eingehüllt in seine alte Decke da und friert. Finde ich immer so ein ganz eingängiges Beispiel für das Thema Veränderung. So, jetzt habe ich ja viel über Haltung gesprochen und die Frage ist ja jetzt, was mache ich denn, um die Haltung meiner Mitarbeitenden zu verändern? Also jetzt kann ich denen ja viel erzählen, aber wie bekomme ich die denn wirklich dahin, darüber nachzudenken, okay, hey, ich, ja, vielleicht doch keine so schlechte Idee, was da überlegt wurde und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ja, die schlechte Nachricht ist, es ist ein schwieriges Unterfangen und es ist auch langwierig und ich kann vielleicht mal sagen, wir haben im VDI dafür ein eigenes Programm aufgesetzt, wo wir wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin ein, ja, ein hybrides Modell, sage ich mal, das besteht aus Online-Kursen, die wir zusammengestellt haben und gewissen Präsenzterminen, die wir gemeinsam machen, wo es wirklich darum geht, für jeden einzelnen Mitarbeitenden, für sich persönlich mal zu schauen, sag mal, was ist denn eigentlich, warum kommst du zur Arbeit? So das Thema Purpose, ist ja auch wieder schon ein schönes Buzzword und auch, was sind deine Ziele überhaupt? Was heißt für dich Veränderung? Wie kannst du deine Resilienz erhöhen? Das sind immer so kleine Lernnuggets, die wir da zu liefern oder auch die Frage, wenn du eine Idee hast, wie du die Veränderung mitgestalten möchtest, wie pitchst du die denn zum Beispiel? Also wie bringst du die an den Mann? Wie verhandelst du vielleicht auch bestimmte Dinge, die damit zusammenhängen oder die du brauchst, um diese Idee umzusetzen? Und so versuchen wir wirklich da anzusetzen, eben bei den einzelnen Menschen im Unternehmen, um eben zu schauen, was können wir da tun, um deren Haltung zur Veränderung zu verändern, indem wir ihnen dabei helfen, sich gut in Veränderung zurechtzufinden. Ist so ein Beispiel, wie man das machen kann. Und ich habe, ja, ich habe mal versucht, drei Impulse jetzt nochmal speziell für Führungskräfte zusammenzustellen, die sich vielleicht mal, ja, mal verschauen, ob sie die vielleicht in ihrem Alltag mal ausprobieren wollen. Verändern wird ja auch immer viel mit ausprobieren zu tun. Das ist ja immer diese große Gefahr, es könnte schief gehen. Aber oft geht halt bei dem Weg in neue Dinge einfach, geht es halt nicht anders als auszuprobieren. Und dann kommt wieder das Thema Scheitern, Fehlerkultur. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das wäre ein separater Vortrag. Und der erste Impuls, den ich mitgebracht habe, ist wirklich mal dieses Thema, ja, wirklich den Sinn aufzeigen, die Richtung aufzeigen. Also warum machen wir denn das alles? Also warum müssen wir jetzt dies und das hier im Unternehmen tun? Was ist denn der Sinn und Zweck des Ganzen überhaupt? Meine Erfahrung ist, das ist vielen Mitarbeitenden gar nicht klar. Also die machen da irgendwie ihren Job und, hab ich noch nie gehört, wie ich so, ich mache halt meinen Job. Also eben diese Fragestellung, warum machen wir das Ganze eigentlich? Gerade bei den Jüngeren ein ganz wichtiges Beispiel. Ich führe gerade sehr viele Bewerbergespräche mit Menschen, die sich bei uns auf offene Stellen bewerben, die teilweise dann schon aus der berühmten Generation Z kommen. Und das ist immer die erste Frage, die kommt. Also was ist hier euer Purpose? Wie passt das zu meinem? Und das ist nämlich genau die Frage. Als Führungskraft ist es nach meinem Verständnis die Aufgabe, mit meinen Mitarbeitenden zu schauen, wie passt denn eigentlich deine persönliche Passung, dein persönlicher Purpose, dein Why, dein Warum du morgens aufstehst zu unserem Unternehmenszweck? Gibt es da eine gute Passung? Vielleicht auch nicht. Was müsste man ändern, damit es passt? Das sind Gespräche, die sind nicht immer einfach, aber sehr, sehr wirkungsvoll, wenn es um die Frage geht, wie kann ich denn die Haltung der Menschen verändern? Der zweite Impuls kommt jetzt hoffentlich gleich. Das Thema Vertrauen stärken, auch großes Thema. Vertrauen ist ja gerade im Arbeitskontext ein sehr fragiles Gut. Und das ist auch nichts, was ich mal eben mit zwei, drei Teamworkshops irgendwie aufbaue oder irgendwie versuche zu verordnen im schlimmsten Fall. Was meine Erfahrung auch wieder ist, dass wenn ich als Führungskraft eine gewisse Verletzlichkeit zeige und in gewissen Situationen auch zeige so, hey, ich weiß auch nicht, wie das gehen soll oder ich habe vielleicht auch irgendwie Angst. Also ich erinnere mich noch Anfang dieser Pandemiezeit, im ersten Lockdown, auf einmal Puff von heute auf morgen alle ins Homeoffice. Großer Schreck. So war auch für mich als Führungskraft erst mal so, wow, was mache ich denn jetzt? Ich musste irgendwie Mitarbeitergespräche führen. Wie mache ich das jetzt online? Klappt das überhaupt? Können die das alle? Wollen die das? Was ist, wenn da irgendwie so die ganzen Gedanken brauche ich nicht aufzählen? Haben sie sich alle gemacht? Und damit einfach auch mal offen umzugehen, zu sagen, hey Leute, wir sind jetzt hier in einer Situation, die kennen wir alle noch nicht und wir müssen irgendwie schauen, wie wir da durchkommen. Das ist eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, die man mal zumindest mal vielleicht in Kleinen erstmal ausprobieren kann. Man muss ja nicht gleich sein ganzes Seelenleben auf den Tisch legen. Genau, und der dritte Punkt ist eigentlich auch schon fast, ich mag es eigentlich fast nicht das Wort, weil es auch schon so in die Buzzword-Richtung geht, ist das Thema Transparenz schaffen. Also wirklich ehrlich damit umgehen. Okay, das und das ist das Nächste, was passiert. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir damit umgehen. Und auch finde ich ein ganz, ganz schöner Impuls, einfach auch mal so die eigene Reise sichtbar zu machen. Also als Führungstreife sich auch mal hinzustellen, zu sagen, boah, als ich hier angefangen habe, habe ich mir das und das überlegt gehabt. Ungefähr die Hälfte davon ist eingetreten. Stattdessen sind aber neue Themen gekommen. Und vielleicht einfach auch mal aufzuzeigen, wie man selber sich auf diesen Weg der Veränderung macht. Ja, das sind mal so meine drei Inspirationsimpulse heute für Sie in der Hoffnung, dass Sie sich ein schönes, warmes Feuer mit dem nächsten Veränderungsvorhaben vielleicht ein Stück weit mitgestalten können und sage vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen gleich. Ja, superschön. Keep the fire burning. Dankeschön, Frau Holden. Ich kau noch auf meine Haltung gegenüber meinem Fitnessstudio drum drauf rum. Vielleicht probiere ich das auch mal aus, nachdem ich auch ein Jahr lang so Beiträge zahle. Transformation, das ist ein Wort, das hier heute Nachmittag schon öfter gefallen ist. Und ehrlich gesagt, die Natur liefert uns das schönste Bild der Transformation. Da heißt es, glaube ich, korrekterweise Metamorphose. Sie ahnen es schon, es ist die Transformation von der Raupe zum Schmetterling. Und die ist gar nicht so leicht. Die Raupe hat nämlich einige Hürden zu überwinden. Und falls Sie sich das mal angeschaut haben in so einem Zeitraffer-Video, richtig schön und richtig leicht geht das nicht. Es braucht einfach manchmal Zeit, um aus der Raupe, um bei diesem Bild zu bleiben, in Form einer klassischen Produktionsstätte einen strahlenden Schmetterling zu machen, sprich eine sogenannte intelligente Fabrik, brauchen wir natürlich wieder die Unterstützung der Mitarbeiter. Wir brauchen den Menschen. Die Menschen müssen auf die Zukunft vorbereitet werden. Sie müssen mitgenommen werden, weitergebildet und vor allem motiviert. Und wie das funktioniert, das erfahren wir jetzt von Stefan Jorra. Stefan Jorra ist Werk- und Betriebsleiter bei Siemens Energy. Und seine Schwerpunkte, seine Kernkompetenzen sind agile Strukturen, Mehrwert in der Produktion. Und dabei setzt er auf etwas, was wir Menschen manchmal vergessen. Nämlich, dass wir ein Leben lang lernen und auch lernen können und auch lernen sollten. Und dass auch die grüne Unternehmensentwicklung natürlich in der Zukunft eine riesige Rolle spielen wird. Also freuen Sie sich in den nächsten Minuten auf seine Gedanken zum Thema Workforce 4.0 und seine Impulse aus den Bereichen Flexibilität, Selbstbestimmung und auch Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Herzlich willkommen, Herr Jorra. Herr Jorra. Untertitelung des ZDF, 2020